Machen wir nun einen Zeitsprung. Unser Aquarium steht jetzt gut 14 Tage. Wir erkennen deutlich einen fortschreitenden Pflanzenwuchs, ein insgesamt eingefahrenes, im Milieu stabilisiertes Aquarium. Das Wasser ist klar und alle technischen Geräte arbeiten einwandfrei. Wir können also unsere kurz vorher gekauften Fische einsetzen. Aber langsam. Auch dabei sollten einige wichtige Punkte beachtet werden.